Musik Willkommen bei der Fischerei Travöger Dorfner. Bereits seit fünf Generationen widmen wir uns mit leidenschaftlicher Hingabe der Fischerei und dem Fischgrill. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1850, als die Tradition der Fischerei in unserer Familie begann. Damals praktizierten wir die Kunst der Netzfischerei und brachten den einzigartigen Geschmack des Steckerlfischs auf die Teller unserer Kunden. Die Zeiten änderten sich und mit ihnen auch unsere Methoden. In den frühen 2000ern sahen wir eine Veränderung im Traunsee. Der Riedling- und Rheinankenbestand wurde knapper und wir mussten uns anpassen. Von da an konzentrierten wir uns auf Saiblinge, die wir sorgfältig aus den klaren Gewässern von Mauerkirchen bei Braunau beziehen. Unsere Saiblinge sind nicht nur Fische. Sie sind ein Symbol für unsere Hingabe und Leidenschaft. Jeden Tag werden sie frisch und behutsam aus unserem Fischdepot entnommen, von Hand gesäubert und verarbeitet und dann mit Liebe auf dem Grill zubereitet. Dabei verwenden wir nur das beste native Olivenöl aus einem kleinen Familienbetrieb in Griechenland. Unser Gastgarten, ein Ort, wo Genuss und Gemütlichkeit sich vereinen, wurde im Jahr 2003 eröffnet und bietet heute Platz für rund 180 Gäste. Unsere Tische laden sie ein, an unserer kulinarischen Reise teilzunehmen. Die Saison erstreckt sich von Mitte April bis Mitte Oktober, immer wenn das Wetter gut ist. Fischerei Trawöger Dorfner. Hier sind sie nicht nur Gast, sondern Teil unserer Familie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.